Hallo zusammen und willkommen nach einer längeren Pause, müsste ich mal so zugeben. Hab ne Weile nichts aufgenommen, hab ne Weile auch nicht Dark Souls gespielt, hatte mit anderen Projekten zu tun, bzw. was erst hier, wie man es halt so nennen mag. Ja, und zuletzt sind wir hier gewesen und sind ja jedes Mal gnadenlos eingegangen. Ich hab mich jetzt mal ein bisschen umgestaltet, ein bisschen umgeskillt, kann man ja zum Glück, aber ob es das jetzt schon gebracht hat, kann ich nicht sagen. Ich kann jetzt nur probieren, so schnellmöglich hier durchzumarschieren, weil die Zeit ist echt knapp. So, jetzt kann ich gleich meinen Bogen austesten, in der Theorie. Ist das schon mal kacke, dass der Riese hier direkt vorm Tor haut und man eigentlich nicht wirklich weg kann. So, das mag Schaden machen, aber der tötet mich auch mit einem Einzelnen Schlag. Über die Erschütterung des Bodens bin ich auch immer ein bisschen, naja, unbeweglich. So, das macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich mir hofft hatte. Töten tust du mich ja eh mit einem Schlag. Ich mach so einiges an Damage, aber es reicht meistens nicht aus. Aber im Moment sind sie mit drei Schlägen hin. Aber jetzt kommen wir ja erst zum schwierigen Teil des Ganzen. Und das ist dieser Abschnitt. Ich kann gar nichts sagen. Nicht, dass er sinnvoll gestalten möchte. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es sinnvoll ist, hier einfach wurscht zu rennen. Gegen die Riese an sich kann ich an sich. Zwar bestehen, aber... Und dann krieg ich dann immer noch der mit. Heilen, nix den Riesen. Huhuhuhu. Ich bin noch sehr langsam. Jetzt hätte ich ihn eigentlich in den Rücken treffen müssen, aber stattdessen müssen. Hat sich mein Charakter dazu entschlossen, das sinnvollere zu tun, nämlich ihn einfach nur zu prägen. Ich brauche, ich denke, ich brauche halt auch mal eine schnellerere Waffe. Die Großschwerte an sich sind zwar ganz cool. Aber es nützen sie euch, wenn ihr nix dreift. So. Das macht einfach nicht genug Schaden. Ich sollte das ganze Element ausprobieren. Findest du das Pfeile scheiden? Das wäre ja alles machbar, aber die Zeit. Immerhin lasst du mich hinten in Ruhe, in Ruhe behaken. Allerdings macht mein Boden auf diesen Fernseher schon nicht mehr vor den Schaden. Bedauerlich. Um nicht zu sagen, das ist arg scheiße. Na komm. So, jetzt sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter als sonst. Das ist natürlich die Frage. Komme ich da durch? Theoretisch kann ich an dem vorbeierden? So, jetzt bin ich schon mal hier. In Chiro. Dop, 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 dop. Schneller, 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 schneller. Die Zeit ist knapp. Da hinten ist doch ein Gegenstand, den wollte ich haben. So, schneller, 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 schneller. Vielleicht nochmal, ja, nicht zu lange an einem Ort. Nein. Schneller. Oh Gott. Muss hinten, ne? Ich glaube. Ich muss jetzt hier hoch. Eine Liedziffer. Ha! So, das war jetzt eine Variante, das Ganze zu machen. Ich denke, man kann sich auch mit den ganzen Riesen anlegen, theoretisch. Nur theoretisch. Puh, was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Ich glaube, es war eine Seele eines Riesen. Die ich ja benötige, die ich benötige, die ich benötige, um den alten König, der unten dort so rumlatscht, anzuschwächen. Ach ja. Denn mit jeder Seele, die ich von den Riesen bekomme, wird seine, ach Gott, wie sage ich das mal, seine Rüstung nimmt einfach ab. Er nimmt jetzt halt, ich glaube, noch sind die 32, nenne ich es jetzt mal, Stacks von Rüstung. Und ich mache jetzt eigentlich keinen Schaden an ihn. Und mit ihrer Seele, die geht mir gewisse Anzahl weg. Gut. Der nächste Riese ist hier unten. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ich habe das von der ganzen Weile immer gelesen. Ähm, hier lang. Da, 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 da. Jetzt waren hier zwei Pikiniere. Oder habe ich euch schon zu oft getötet? Na gut, dann sind hier keiner zwei. Gegner, nun nicht. Wie sieht es hier aus? Auch niemand mehr. Ziemlich leer hier geworden. Ich muss zugeben, das ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. So. Hier wird er verfolgen. Das erste Mal. Und da sind wir auch schon beim nächsten. Gut, da bin ich mal gespannt. Das wird ähnlich anstrengend. Der Bogen hat mir zwar gute, uups, Dienste gelastet, aber ich denke, dass die dreifach armt ist, jetzt mal ganz. Auch ein bisschen sinnvoller ist. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Okay. Hier wackelt auf alle Fälle einiges. Ich gehe mal hier nach oben, mal gucken. Sehe ich dich? Immer schön mit dem Schild nach oben. Okay. Habe ich nicht im Inventar. Gehen wir mal weiter nach oben. Die stehen hier auf alle Fälle ein bisschen rum. Gucken in der Gegend rum. Das kam jetzt mal vor. Und tot. Der lässt sich aber auch nicht nochmal schlägen beeindrucken. Irgendeiner Hinsicht. Na gut, dann auf mal Neues. Die ist mal ein bisschen weniger dumm. Man kann diesen Feuerbilden aber auch nicht sinnvoll ausreichen im Nahkampf. Dafür sind sie zu schnell. Zumindest kann ich den Gegner voll durch den Vorteil hat, das Ganze. Ich finde die Riesen aber schon ziemlich heftig als Gegner. Dafür, dass sie so wenig Seelen bringen. Ich muss zugeben, das ist ziemlich langweilig, wenn kein einziger Gegner mehr da ist. Dann retten wir jetzt auf so eine leere Gegend und ja, freut sich seines Lebens. So, das brechen wir einfach ab. Dann warten wir wieder die Ladezeiten ab. Schneller, schneller, schneller. Man hat ja nicht viel Zeit leider. Was ich sehr schade finde. Unter Zeitdruck ist eigentlich alles noch ein bisschen blöder. Gut. Der hat mich jetzt schon gesehen. Das ist ja toll. Es geht eigentlich schon Schaden her. Besser als der Bogen. So. Ich frisfe noch heute unfassbar viel Ausdauer. Oh, meine vielen, vielen Seelen. 7000 von Neue. Den ignoriere ich jetzt nicht. Nee, da komme ich nicht. Ganz schön. Aua. Muss ich jetzt diesen Weg nehmen? Sag mal. Also, ich muss schon sagen, dass das Spiel an dieser Stelle unfassbar fies geworden ist. Ein Fehler und man ist eigentlich hinüber. Naja. Das ist so, wenn man eine lange Pause macht, dann ist man halt raus. So, jetzt laufen wir wieder unseren altbekannten Weg. Gegen die Kollenriesen. Ich weiß gar nicht, was man machen kann. Ich glaube, sehr schnell hin und her rollen. Mehr kann man da auch nicht machen. Und hoffen, dass halt diese dumme Bodenausschütterung eigentlich nicht zu sehr aus der Bahn wirft. Ist nur halt blöd. Der Weg, den man immer wieder gehen muss. Aber na gut. Sei es drum. Dann eben noch einmal das schöne Spiel. Aber man kann zumindest nachvollziehen, warum diese Menschen hier keine Chance hatten. Gegen die Riesen. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Menschen haben angefangen. Und ich mich nicht komplett drüber. Das ist nicht ernst, oder? Das ist nicht gerade noch in die andere Richtung. Wow. Wo ist der denn hingeflogen? So. Müssen wir noch gegen einen Riesen kämpfen. Das hat einen Spaß. Das ist zweifach Schwingen, das ist das Problem. Nein. Nein. Oh Gott. Oh. Das ist eine Druckwelle. Wo geht's denn jetzt lang? Oh Gott. Jetzt werde ich ja da ewig den Weg suchen. Ah gut. Ja. Gegen die Wand. Also mit den Elite-Riesen sollte man sich unter gar keinen Umständen anlegen. Na gut. Guckst halt hier ein bisschen. Ähm. Ja. Offensichtlich. Oh Gott. Wie ist das überhaupt mein Ziel? Äh. Riesenseele bekommen. Sehr schön. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Hier ist zum Beispiel die Kiste in der Luft. Oh. Oh. Da hinten ist noch ein Kriegstand. Dahin rennen. Seelengefäß. Ja. Man kriegt da alleine. Drei Klau in irgendeiner Kiste. Also Seelengefäße zum Umskillen. Habt ihr hier eine Menge. Autsch. Hm. Die gehen noch einigermaßen. Wo kam der her? Zum Glück stand ich nicht drunter. Sag mal. Bin ich jetzt hier wieder? Hier habe ich wieder ewig Zeit. Und neben mir vor, hat es kaum Zeit. Das ist übelst viel zu tun. Oder ich bin noch nicht am Ende. Das kann natürlich auch sein. Ich habe es jetzt eine Riesenseele, aber das heißt ja nicht, dass es die einzig ist. Es hat ja noch nicht geendet. Na dann mal ein bisschen schneller. Ach nee. Moment, ey. Wozu bin ich dann hier oben lang? Sehr albern. Hier stehen die Männeln rum. Gucken blöd. Und wie komme ich wieder hier raus? Hm. Es scheint so. Aufpassen. Jetzt wäre ich jetzt durch. Ach, da ist noch was. Aber ich habe hier offensichtlich, äh, ach nee, da. Doch nicht ewig Zeit. Gut, äh, jetzt muss ich da nichts zugeben. Ich dachte nicht, dass ich das so, so schnell schaffe. Jetzt bin ich natürlich wieder komplett unvorbereitet. Was mein weiteres Vorgehen angeht. Ähm. Ich weiß, wo grob noch... Oh, ja, das stimmt, den gibt es ja auch noch. Ich weiß noch, wo einer war. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Da muss ich auch gegen den Riesenkönig antreten. Kleinen Spoiler. Lasst mich mal kurz überlegen. Das war auf alle Fälle hier in der Gegend. Grob. Was hier drüben? Ne, hier war das. Das war mir nicht, sonst hier ging es dann. Kriegt das Symbol des Königs in eurem Besitz? Das habe ich doch. Ähm, hier irgendwo habe ich das. Heikenring, Königsring. Genau. Ist das jetzt eine Abkürzung? Ich muss eh es los. Klopf, klopf. Oh, das kann ich ja noch. Gut. Nachdem brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich hatte den und das zwei. Ah. Ha. Da haben wir doch schon das, was ich gesucht habe. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wie habe ich noch 32? Ach, das geht. Wir sind immerhin zehnmal schießen. Dup, 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 dup. So, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vor weit nicht zu lang. Hier habe ich wieder nicht so viel Zeit, scheint mir. Das wird tot ansteigen. Oh, fuck. Hm? Hm. Okay, das ist nicht... Das, was ich... Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Das macht auf alle Fälle keinen Schaden an den. Aber an den. Yay. Oh, fuck, ey. Da war ich... Oh, das ist eine Art... Das ist eine Art Bosskampf hier. Ah, das ist... Oh, oh. What the? Da bin ich so gut wie tot, da bin ich so gut wie tot. Oh Gott. Okay, ich muss sie irgendwie... Wenn ich nicht durchrehen kann, dann dort reinlocken. Das war ganz schön fies. Zwei von den Großen. Und definitiv nicht genug Position. Na gut, jetzt weiß ich zumindest grob, was mich erwartet. Jetzt kann man das Ganze mal ein bisschen... Geht die Hände angehen. So, Schnellchen. Leid nicht zu lang in der Erinnerung. Ach, keine Sorge. Das passiert schon nicht. Nein. Jetzt nicht schießen. Genau deswegen. Okay, was mache ich gegen dich? Ich kann nix tun. Jetzt sterbe ich von dem anderen oder kann ich mich rechtzeitig eingehen? Er ist nämlich noch fort. Trotz all meiner Bemühungen. Gut, noch eine Salve und das war's für ihn. Wir hätten das zwar geschafft, aber... Ist du das, was ich suche? Wow! What the... Moment, dahinten stand ein Boss. Oh Gott. Ich brauche... Neue Munition. So viel steht fest. Das sind so viele. Und in Nahkampf möchte ich diesen Boss garantiert nicht. Okay, ich kann hier jederzeit wieder hin. Elementare Scheine oder Bolzen. Was habe ich denn noch? Petto. 17. 160. Blitzschaden. Na gut. Ich bin mir sicher, dass das nicht ausreicht. Ja, am zweiten. So. Einfach leicht hilft's ja. Die Riesen an sich sind kein Problem. Zumindest. Solange es genauso gut läuft wie gerade eben. Was ein Problem ist... Ist dieser Riese vorgegangen. Hier scheint ich auch wieder genug Zeit zu halten. Das wär's relativ unfair, denke ich. Was bedeutet schon halt... ...unfair in diesem Spiel. ...unfair in diesem Spiel. ...undfair in diesem Spiel. Eieiei Okay What the Kannst du doch nicht schlagen Das ist uncool Das ist richtig uncool Okay Feuerbälle Schnell weiter Hier wurde niemand getroffen Ah der Steinkopf ist schon weg Nein Gut Ähm Ich kann ja noch vorbei Alles klar Sehr schön Gut Es gab eine Tasse Wie ich zwischen den und her schalten kann Ich weiß es gerade nicht Ist mir jetzt auch vollkommen egal Hinten ist nämlich der König der Riesen Das Areal ihn zu bekämpfen ist scheiße klein Und Die Feuersbrunst Mit der jeglichen Bewegungsspielraum Okay Ich muss seine Beine anreifen Die Feuersbrunst Das ist so ein Feuer Das ist nicht Ich bin mal gar nicht Wieso bin ich so lang Ich stimme dir nicht an wie sie Von links nach rechts laufen ist nicht so So schnell Können natürlich an der 20% Grenze liegen Die ich lange überschritten habe Aber was soll's Aber was soll's Gut Nichtsdestotrotz Neigt sich die Folge dem Ende zu Und es lohnt sich jetzt leider nicht nochmal dort rein zu rennen Ich werde mich nochmal mit neuen Pfeilen und so ausrüsten Und dann Äh Probieren wir das Ganze nochmal Diesmal etwas erfolgreicher denke Ich meine so schwer ist der ja nicht Kann an der Stelle ja ziemlich gut ausweichen Eigentlich Wenn man nicht gerade blöd ist So wie ich Also ich wünsche euch noch was Und Reingehauen